. Peace, day, love Vogish. Ich bin Nadia Andruchig und das ist wieder Ihr Vogish TV. Heute aus Bella Italia mit einem ganz besonderen Star, den wir exklusiv für Sie besuchen. Alberta Ferretti. Wir wollen unsere Feminiere, unsere Beile. Mutter Natur hat die Designerinnen ihren Bann gezogen, wie sie uns verrät. Mit all ihren Wäldern, Wegen und Wunderwesen. So ist die vorherrschende Farbe tiefes Waldgrün. Glänzende Seite wurde in kunstvolle, kleinteilige Origami-Faltungen gelegt, die sie wie Millionen kleine Blätter wirken lassen. Einfach Vogish und genau das braucht auch Waremeister in Sachen Make-up für solch eine glanzvolle Show. So, there is a little gold on the inside of the corner of the eye. Gold all through the cheekbone and up to the temple. And then a little bit on the cupids bow as well. Everything else is neutral and clean. Which is what I think is very important for Alberta. Die Natur, wie sie uns und auch die Designerin Alberta Ferretti verzaubert, mit all ihren faszinierenden Details. In Sachen Details und Accessoires setzt Ferretti auf opulente, goldfarbene Perlenketten, die mehrfach um den Hals gewickelt werden. Ebenso auf Sandalen aus Federn, bei denen sich die Riemchen wie Äste das Bein hinaufwinden. Dazu passen die Haare. Auch hier lässt die Modegöttin nur die Besten der Besten ans Werk. Kleider, die uns in den nächsten Monaten an einen winterlich bedeckten Wald erinnern sollen, das ist die Vision der italienischen Modegöttin. Wie Alberta Ferretti uns außerdem im Gespräch verrät, ist genau das für sie die pure wirkliche Eleganz der heutigen Frau, die sich feminin und dabei wunderschön fühlen will. Wööööööhh Wööööööh